Willkommen zurück, heute zum dritten Video von uns, von deinem Schwimmcoach hier bei YouTube. Wer nicht mitgemacht hat, wir machen Zugseiltraining auf Instagram jede Woche, Montag und Freitag 18.30 Uhr. Also guckt da mal gerne rein. Heute geht es in unserem Video um die Armbewegung. Das wollen wir euch ein bisschen erklären, worauf es da ankommt, seht ihr nach dem Intro. Bevor wir jetzt damit anfangen, was es unter Wasser genau ankommt, um schnell zu werden im Schwimmen, wollen wir mal ganz kurz rekapitulieren, was wir in der letzten Folge gesagt haben. Und da ging es ja um die Wasserlage. Das Allerwichtigste, dass wir uns so im Wasser positionieren, dass wir möglichst wenig Anströmung haben. Und da wollen wir für euch nochmal so ein bisschen praktische Anwendungen sagen. Und das ist zum einen, dass ihr den Kopf unten behaltet. Also praktisch gesehen das Kinn nach hinten schiebt und nach unten schaut. Das ist ganz wichtig, dass wir nicht so runter gucken, sondern uns ins Wasser reindrücken. Wir haben ja gesagt, abwärts schwimmen. Dann ganz wichtig, gestreckte Wasserlage, lang machen, dann eine Rotation über die Körperlängsachse, immer schön lang drehen. Dazu werden wir auch nochmal ein Video machen für euch. Und zum anderen die Verlagerung des Körperschwerpunktes auf die Brust, dass wir uns hier reindrücken. Also abwärts schwimmen. So viel dazu nochmal. Deshalb kommen wir jetzt direkt zur Armbewegung. Die Armbewegung kommt eigentlich nur zu 10% die Kraft aus dem Arm. Ansonsten ist der ganze Rumpf involviert, wenn wir schwimmen. Und wir versuchen sozusagen eigentlich nur mit dem Arm so eine Ankerfunktion zu erreichen. Das heißt, wir gehen ins Wasser rein und verankern uns. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das heißt, wir versuchen nicht irgendwo durchzuziehen, sondern erstmal nur eine Verankerung zu schaffen. Und da gucken wir uns gleich mal konkret an, wie das dann aussieht. Und dann haben wir hier so ein Schwimmbild. Wir sehen eine schöne gestreckte Wasserlage hier. Und dann ein Anwinkeln des Armes. Und das nennt sich Early Vertical Forearm, beziehungsweise hoher Ellenbogen unter Wasser. Dass wir also versuchen, den Ellenbogen oben zu lassen und nur den Unterarm abklappen. Bis der Unterarm unterhalb, also senkrecht steht und genau der Ellenbogen über der Hand ist. So rum wollte ich das sagen. Und dann schieben wir, genau wie wir es ja auch immer bei dem Zugseiltraining sagen, diese vertikale Fläche, die versuchen wir nach hinten zu schieben, den gesamten Arm. Und erst zum Schluss kommt dann dieser Abdruck nach hinten oben. Wenn wir das von vorne auch betrachten, sehen wir hier auch, dass dabei der Ellenbogenwinkel, der sollte ungefähr so 110 Grad betragen. Also zwischen 100 und 120 sagt man, soll das betragen. Das heißt, der ist leicht offen und nicht hier der Ellenbogen. Ganz wichtig. Dann wollen wir auch nochmal ganz kurz gucken, diese Körperlängsachsenverkippung. Wir versuchen auch immer uns reinzudrehen beim Schwimmen. Ja, also wir schwimmen mehr oder weniger immer von Seite zur Seite. Wir rotieren permanent. Wir sind also nie frontal. Das ist ganz wichtig zu wissen. Weil umso frontaler wir sind, umso weniger Kraft können wir aus unserem Rumpf generieren. Umso mehr wir uns drehen, umso mehr Kraft können wir wie beim Kugelstoßen ja auch. So eine kinetische Kette, die man dann aufbaut. Von den Füßen über das Gesäß, in die Arme bis in die Hände. Genauso können wir auch beim Schwimmen das Ganze machen. Dass wir über diese Rotation den Arm nur verankern müssen und den Körper über den Rumpf nach vorne drücken wollen. Deshalb ganz wichtig, diese Kraft aus der Körpermitte, die wir da generieren wollen. Und dann werden wir euch auch zukünftig Videos zeigen, wo ihr es beim Schwimmen sehen könnt, wie das genau funktioniert, diese Rotation. Und wichtig auch, dass sie über die Hüfte einsetzt, das Ganze. Welche Technikübungen das auch fördert und was ihr da machen könnt, werden wir dann euch auch geben. Nur als nochmal Zusammenfassung aus dem Video, ist es nicht nur wichtig, den Ellenbogen irgendwie anzustellen, sondern auch, wie der gesamte Körper sich durchs Wasser bewegt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und schon ein bisschen Eindruck gegeben. Wir werden euch das natürlich noch praktisch unterfüttern, das Ganze. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann liked das Ganze und versucht den Kanal zu abonnieren oder abonniert den Kanal natürlich. Und ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Ciao!